Hey, heute habe ich für euch ein First Impression Video und da werde ich heute mit euch NYX Produkte live testen. Ich bin schon ganz gespannt, wie die Produkte dann am Ende auf meinem Gesicht auch sehen werden. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Zuschauen. Ich benutze heute wirklich ausschließlich NYX Produkte, sogar die Pinsel, die habe ich hier hinten schon bereitgestellt. Die sind auch von NYX und auch die Produkte, die ich schon von denen kenne, zum Beispiel mein Augenbrauenprodukt, das ist von NYX, das verwende ich immer. Das werde ich heute auch auftragen und euch dann nochmal sagen, wie ich das Ganze finde. Und genau, ich würde sagen, ich starte einmal damit, mir die Foundation aufzutragen. Bei NYX die richtige Foundationfarbe zu finden, finde ich ziemlich schwer. Ich stand da wirklich mit einer Verkäuferin längere Zeit und wir haben einfach nicht den richtigen Ton für mich gefunden. Und da haben wir jetzt gedacht, mischen wir diese beiden Töne hier. Der eine ist zu hell und der andere ist viel zu dunkel. Das heißt, ich werde die beiden Töne mischen und hoffe dann, dass ich da die optimale Farbe herausbekomme. Und zwar habe ich hier einmal die Farbe Alabaster und einmal die Farbe Medium. Ich priemel das Ganze jetzt mal aus der Verpackung und dann werde ich das Ganze mal auf meinem Handrücken mischen. Zuerst nehme ich etwas von der hellen Farbe und dann ein bisschen von der dunklen. Ich gebe immer ganz wenig von dem Produkt dazu, beziehungsweise von der dunklen Farbe, damit es nicht zu dunkel ist und ich da nicht so einen hohen Verbrauch habe an Produkt. So, ich nehme dann den Pinsel 04 aus diesem Pinselset und ich mische das Ganze erstmal hier mit, damit das Ganze nicht direkt so in den Pinsel verschwindet. So, dabei ist jetzt dieser Ton hier rausgekommen. Den finde ich ganz cool. Ich denke, der passt ganz gut zu mir und den werde ich mir jetzt mal aufs Gesicht geben. Ich habe mir jetzt in der Zwischenzeit mal... Oh mein Gott, bist du doof, Kim? Habt ihr das gesehen? Das werde ich jetzt nicht rausschneiden, so wie sonst. Ähm, ja. Ich hatte hier das Make-up dran und wollte euch gerade zeigen, dass ich mir eine Haarreife angezogen habe, damit das Produkt nicht in meine Haare kommt. Aber jetzt ist es doch passiert. Oh mein Gott. Peinlich. Naja, ich versuche das jetzt mal gerade rauszubekommen. Naja, es sieht auf jeden Fall so aus, als würde es gut decken. Ach, ich will damit jetzt gar nicht so viel Zeit verplempern. Ich werde mir das jetzt einfach auf mein Gesicht geben und lasse den Fleck da jetzt einfach. Äh, den kann ich mir am Ende immer noch entfernen. Okay, das sieht jetzt auf meinem Gesicht doch schon wieder ziemlich hell aus. Ich muss richtig aufpassen, dass ich den Spiegel nicht vor die Kamera halte. Okay, was ich jetzt schon merke, ich brauche nicht viel von dem Produkt. Es ist sehr deckend, lässt sich sehr, sehr schön verteilen. Aber ich habe es zu hell gewählt. Also ihr seht hier direkt den Unterschied. Ich sehe jetzt hier aus wie ein richtiger Geist. Ist ja nicht so, als wäre ich vorher schon richtig blass gewesen. Aber okay, das Ganze können wir dann gleich nochmal ausbessern. Aber ich finde das Make-up bisher wirklich ziemlich gut. Mein erster Eindruck ist auf jeden Fall, es ist echt recht deckend. Klar sieht man hier noch Muttermale und ein paar Sommersprossen durch. Aber ich habe jetzt auch sehr, sehr wenig von dem Produkt genommen. Und ihr seht ja auch, wie weiß ich bin. Das heißt, man sieht auf jeden Fall einen Unterschied. Und was mir sehr gut gefällt, ich glänze jetzt nicht so extrem. Und hier steht auch jetzt extra Stay Matte, but not flat. Und das kann ich hier auch definitiv schon mal bestätigen. Ich habe ja Microblading machen lassen. Das heißt, ich habe ja schon Augenbrauen vorhanden. Aber die sind mir einfach noch nicht dunkel genug und durch das Make-up wieder ein bisschen abgedeckt. Und ich verwende momentan, also schon seit einem Jahr ungefähr, immer dieses Produkt. Das ist die Tame & Frame Pomade in der Farbe Brunette, also 03. So sieht es aus. Das ist ein ziemlich aschiger Ton. Mir persönlich gefällt der sehr gut. Und dazu benutze ich jetzt diesen Pinsel. Den habe ich noch nie verwendet. Und zwar ist das die Nummer 18. Der Pinsel hat hier hinten auch extra nochmal so ein Bürstchen, womit man die Augenbrauen durchkämmen kann. Und das finde ich auch nochmal mega cool. Und genau, dann werde ich das Ganze jetzt mal nachzeichnen. Aber ich sehe schon, krass. Der Pinsel, der sorgt dafür, dass die Farbe viel intensiver auf die Haut aufgetragen wird. Das ist ja krass. Das Augenbrauenprodukt finde ich natürlich super, sonst würde ich es ja nicht jeden Tag benutzen. Und deswegen kann ich euch da auf jeden Fall eine Kaufempfehlung rausgeben. Also falls ihr noch was Richtiges für eure Augenbrauen sucht, dann kann ich euch das sehr ans Herz legen. Mag ich wirklich gerne. Und jetzt geht es auch schon weiter mit dem Concealer. Und zwar hat die liebe Carmen von dem Kanal Kamuschka heißt die, glaube ich. Diesen hier empfohlen. Sie meinte, ich muss den unbedingt mitnehmen. Und zwar ist das der Goja Covered Coups Bronze Totale. Mir fällt es ein bisschen schwerer, das auszusprechen. Auf jeden Fall blende ich es euch ja nochmal ein. Deswegen werde ich das ja sowieso sehen. Genau. Das ist jetzt auch der hellste Ton. Ich öffne das Ganze mal gerade. So sieht das Ganze dann aus. Und ich gebe mir hiervon wieder etwas auf meinen Handrücken. Und verteile das Ganze dann anschließend mit dieser Bürste. Ich bin mir gar nicht sicher, ob die hier überhaupt für Concealer ist. Aber die sieht für mich so aus, als könnte die funktionieren. Und zwar ist das die Nummer 09. Falls der nicht für Concealer ist, dann sagt es mir das gerne. Dann weiß ich da auch Bescheid. Hauptsache es funktioniert. Und genau, dann bin ich schon glücklich. Okay, das fühlt sich auf jeden Fall schon mal ziemlich deckend an. Also der ist ziemlich dickflüssig, der Concealer. Macht ihr das eigentlich immer für euer Alltags-Make-up, dass ihr alles so highlightet? Weil ich mache das eigentlich gar nicht. Ich mache das immer nur so für Videos. Ansonsten laufe ich nämlich immer ziemlich dezent geschminkt rum. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr euch so schminkt. Und ob ihr es lieber mögt, wenn ihr ein bisschen weniger tragt oder ein bisschen mehr. Dann können wir uns da mal so ein bisschen austauschen. Vielleicht habt ihr ja auch noch den ein oder anderen Trick für mich, den ich noch gar nicht kenne. Und was ich auch sagen wollte, schreibt mir bitte immer eure Video-Wünsche in die Kommentare. Weil nur so kann ich auch wissen, was euch wirklich interessiert. Natürlich kann ich Recherche betreiben, was wird im Moment gut angesehen, was möchte jeder sehen. Aber wenn ihr mir das sagt, dann kann ich natürlich auf eure Wünsche noch mal ein bisschen besser eingehen. Und das ist natürlich dann noch ein bisschen besser. Das heißt, es liegt auch ein bisschen in eurer Hand, was es hier zu sehen gibt. Okay, also der Concealer haut mich gerade wirklich vom Hocker. Ich sehe gerade aus dem Geist, ich weiß. Aber schaut mal bitte, wie deckend dieser Concealer ist. Das ist ja wohl unglaublich, oder? Also bisher hatte ich nur den Pro Longwear Concealer, der wirklich deckend war. Aber ich finde der hier, der toppt den sogar. Und der ist, soweit ich weiß, auch noch mal günstiger. Krass. Also wenn der jetzt auch gut hält, so im Alltag, dann... Ja, bekommt MAC auf jeden Fall eine sehr, sehr große Konkurrenz. Der Concealer ist jetzt natürlich nicht so matt wie das Make-Up. Und deswegen muss ich da natürlich noch mal setten. Und da hat NYX hier ein... Hashtag No-Filter-Sense-Filter-Finishing-Powler rausgebracht. Falls ich die Sachen komisch ausspreche, tut es mir leid. Ich verlinke euch das auf jeden Fall auch noch mal alles in der Infobox. Dann seht ihr das da sowieso noch mal. Und könnt da noch mal nachschauen. Und jetzt mal schauen. Ich pappe das einfach so mal leicht hier drauf. Krass. Ihr seht jetzt schon den Unterschied, ne? Ich bin nur einmal kurz hier so auf dieses Produkt gepappt. Und das funktioniert ja mega gut. Das ist echt mega gut, weil hier glänze ich echt noch wie so eine Speckschwarte. Hier habe ich nur ein bisschen aufgetragen und es ist einfach so gut wie weg. Und ja, deswegen würde ich sagen, das Produkt ist auch wieder der absolute Wahnsinn. Ich glaube, so weiß war ich noch nie, nachdem ich mein Make-Up aufgetragen habe. Also das ist echt krass. Ich bin mal gespannt, wie ich das wieder hinkriegen will. Ich hoffe, dass mir diese Palette dabei helfen wird. Und zwar habe ich hier die Love Contours All Palette. Da werde ich jetzt erst mal in diesen Ton hier gehen. Und ich kontriere das Ganze mit diesem Pinsel. Ich glaube, dass das ein Make-Up-Pinsel ist. Aber ich werde den jetzt mal vergewaltigen und den dafür benutzen, weil ich gerne erst mal so eine Linie ziehe. Ach du Scheiße. In der Kamera sieht es aber viel krasser aus als in echt. Also die Töne sind sehr krass pigmentiert. Ich werde das gleich noch mal verblenden mit einem fluffigen Pinsel. Aber ja, mache jetzt erst mal hier was vor. So, also das Konturieren hat jetzt schon mal funktioniert. Die Farben aus der Palette sind super gut pigmentiert. Also auch dafür wieder einen Daumen hoch. Hier gibt es wirklich noch nichts, was ansatzweise durchgefallen wäre, meiner Meinung nach. Da in der Palette aber leider kein richtiger Blush drin ist, öffne ich jetzt gerade dieses Paket hier. Und zwar ist das der Ombre Blush in der Farbe Mauve Me. So sieht die Verpackung aus. Mega süß, so wie die Nix davon halt. Und das hier ist er. Mega cool, passt doch irgendwie zu meinen Haaren. Jetzt geht es aber weiter mit der Contours All Palette. Und zwar werde ich mir damit jetzt noch mal meine Augen schminken. Und zwar verwende ich da jetzt erst mal diesen Ton hier und gebe mir den in meinen Augeninnenwinkel und auch mein gesamtes bewegliches Augenlid. Das ist schon mal ein mega peachiger Ton. Der gefällt mir echt gut. Ist auf jeden Fall mal was anderes. Vor allem für den Augeninnenwinkel finde ich es jetzt echt mal cooler. Und jetzt nehme ich diesen anderen Ton und gebe mir den erst mal in die Ligfalte und verblende den nachher etwas nach oben hin zur Augenbraue. Die Lidschatten sind auch mega gut pigmentiert. Also die Palette ist wirklich top. Die könnte sich echt zu meiner Lieblingspalette entwickeln. Und genau, eine Wimperntische habe ich mir da jetzt nicht ausgesucht. Aber dafür habe ich mir Wimpern ausgesucht. Die sind jetzt ziemlich crazy, diese hier. Und zwar sind das Wicked Lashes. Und zwar ist das die Sorte Overdone. Und zwar sind die ziemlich, ziemlich dicht. So sehen sie aus. Ich habe schon ein bisschen Schiss, die mir drauf zu machen. Ihr wisst ja, ich hatte ganz lange Wimpern-Extensions. Ich mache jetzt im Moment eine Pause, aber bald kommen sie wieder dran, weil ohne sie kann ich einfach nicht mehr. Und genau, da habe ich mir gedacht, ist das noch eine gute Gelegenheit, mal diese hier zu testen. Okay, ich merke schon direkt, die haben ein ziemlich hartes Band, was meiner Meinung nach nicht ganz so unbedingt von Vorteil ist, weil die pieksen dann oft ganz doll. Ich muss mir die natürlich noch zurechtschneiden. Ich halte die jetzt mal gerade hier ran. Okay. Hier ist leider auch kein Kleber drin. Das heißt, ich werde gleich den Duo-Kleber verwenden. Das ist mir sowieso der Liebste, weil eigentlich niemand so einen richtig geilen Kleber dabei hat. Aber es wäre schon schön für Leute, die ja einfach keinen eigenen Kleber besitzen. Was mir aber schon mal positiv auffällt, hier an den Wimpernbändchen, da hält der Kleber super gut. Meistens bilden sich dann so kleine Bläschen oder so und die teilen sich und dann ist an manchen Stellen Kleber und an manchen nicht. Und das ist hier echt mal richtig cool. Dadurch, dass die so hart sind, kann man die natürlich nicht so einfach biegen. Das heißt, wenn ich das jetzt hier hinten anbringe, dann muss ich erst mal warten, bis ich das vorne anbringen kann, weil wenn ich das vorne anbringen will, dann geht es hinten wieder ab. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal ein kleiner Abzug. Was man halt eben machen kann, um die Wimpern so ein bisschen mehr zu biegen, ist, die einfach so hin und her zu bewegen. Das bringt auch ein bisschen was, aber ob das heute noch funktioniert? Okay, ich habe jetzt diese eine Wimper hier aufgetragen. Vorne hält sie nicht, weil die einfach nicht biegsam genug ist. Also die Wimper ist bei mir komplett durchgefallen. Ich glaube, es sieht vielleicht ganz schön aus, wenn man sich einen Lidstrich macht mit diesen Wimpern, aber die ist einfach erstens zu krass für mich. Also schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr findet, dass mir das so stehen würde. Und ja, deswegen werde ich die andere jetzt erst mal gar nicht dran kleben. Das waren auch schon alle Produkte, die ich mit euch testen wollte. Das heißt, alle Produkte finde ich mega geil, außer diese Wimpern. Hätten die ein dünneres Band, was elastischer wäre, dann wären die Wimpern cool. Dann könnte ich mir sogar vorstellen, die vielleicht mal zu tragen, aber so ist das eher wie so ein... Ja, das stört einfach. Also man fühlt es nicht richtig, vor allem, weil ja auch hier vorne gar nichts angeklebt ist, aber das sieht einfach ganz, ganz komisch aus. Also bitte, liebes Nix-Team, macht doch die Wimpern mit einem elastischeren Wimpernband, dann würde ich mir die auf jeden Fall nochmal zulegen. Und ja, ihr Lieben, ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann schreibt mir gerne euren Kommentar und vergesst nicht, mir einen Daumen nach oben da zu lassen. Vergesst auch nicht, mir auf meinen restlichen Social-Media-Kanälen zu folgen, falls ihr das noch nicht macht. Ich nehme euch übrigens ziemlich oft auf Snapchat mit. Schaut da definitiv mal vorbei, wenn ihr mal so Events mitbekommen möchtet. Und dann freue ich mich natürlich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dann, ciao!